Hallo und Willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele die Fäule. Ja und ich spiele mit den Perks Panikmacher, heißt jetzt früher Seelenbrecher, Sackgasse, kein Ausweg und Korrupt Intervention und ich habe zwei Adorns dabei. Einmal das, ach schade, dass wenn ich gegen was pralle, dann sehe ich alle Überlebenden im Umkreis von 8 Metern für drei Sekunden und außerdem habe ich ein zweites Adorn mit, was einfach den Effekt hat, dass wenn ich stürme, die Überlebenden keinen Herzschlag hören. Das heißt, die Nancy muss sie jetzt wirklich ganz genau gucken, ob ich komme und von wo und war da vielleicht ein bisschen überrascht. Schade, den hätte ich gerne gehabt. Habe ich dich? Ich hatte hier gerade eben noch jemand anderes gesehen. Keine Ahnung, wo die Person hin ist. Aber gut, so ich hänge sie jetzt hier auf. Dann zerstöre ich mal die Palette und dann gehe ich nach durch hinten. Also ich weiß ja, dass hier gerade eben noch, glaube ich, eine Yunjin war. Oh, die ist in einem guten Winkel von mir weggelaufen, wo ich nicht mehr den Schlag drauf bekam. Das soll jetzt kein Problem sein. Hier oben weg. Hallo? Da läuft auch jemand weg. Ah, hier sind überall zerstöbbare Mauern. Okay, hätte jetzt gerne dort noch Druck gemacht. Hallo? Ah, nee, ich gehe zurück. Ja, wirf du noch die Palette um. Danke. Ist alles Zeit, die du verbrauchst. Ich denke vielleicht, oh, die volle Tunnel ist aber wie Sau, aber ich will eigentlich jetzt nur wieder zurückgehen zu der Yunjin, die ich hier niedergemacht habe. Komm mit. So, dank Sakkas ist auch der Generator oben jetzt versperrt, an dem vorhin die Yui gearbeitet hat. Und tap. Zack. Das Gute ist, die Nancy muss ich jetzt erstmal wieder menten. Zack. Hinter mir kracht's dort oben, okay. Hallo? Hab ich dich. Die macht dir Moves und Tricks. Wunderbar. Okay. Die Wolken weg. Okay. Ich sehe hier unten niemanden. So, na komm. Ah. Oh. Perfekt. Ich hatte keine Ahnung, dass die da ist. Wir können jetzt erst mal drüben. Wie hier. Ich habe dir auch noch die Arschlange zu schnappen. Habe ich dich? So, und ganz hinten kracht's irgendwo. Hinter mir, oben an dem Generator, wird gerade gearbeitet. Da sind, glaube ich, mehrere dran. Hep! Oder? Keine Ahnung. Vielleicht ist auch niemand dran. Der war vorhin soweit. Wieso kracht es jetzt überall? Ich muss hier gegentreten. Eins, zwei. Es hilft zwar nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Und warum hat es jetzt überall hier gekracht? Habe ich dich? Habe ich dich. So, ich teile Schläge aus, wo ich nur kann. Und hier unten wird die Michaela wieder geheilt. Ja. Flink, okay. Gut. Dann kommt die jetzt mit und hier an den Haken. So, ich denke mal die Yunjin und die Nancy. Ne, Quatsch. Die Yunjin und die Nancy. Oh, die ziehen den Jen durch. Welcher Jen ist versperrt? Der hier? Einmal. Hallo. Okay. Oh, Mann. Habe ich dich. Immerhin, ich hatte jetzt jede Person einmal im Haken. Hallo. Keine Ahnung, wo die hin will, aber ich hänge sie jetzt hier hin. Hap. Will ich die sabotieren oder was? Okay. Die Sache ist, ich lasse mich jetzt hier auch von ihr schön jagen. Okay. Ich meine, ich mache damit ja auch irgendwo Druck auf den Haken und irgendjemand anderes muss jetzt kommen, um zu retten. Einmal. Los. Und zack. Habe ich dich. Dann wird das Präparat 21 jetzt wirklich sie geschenkt, weil ich gut sehen konnte, wo sie langläuft. So, ich hänge die hier direkt in den Haken, dann gehe ich dort wieder zurück und mache dort wieder Stunk. Mit Ärger. Okay. Oh. Oh, Mann. Ich glaube, ich hätte sie gehabt. Ah, gut. Hätte, hätte. Habe sie halt jetzt gerade nicht. Ah, die täuschen da halt immer nur an. Das machen sie sehr gut. Ah, ich glaube, ich hätte gegen den Baum prallen können, dann hätte ich sie wahrscheinlich erwischt. Oder erwischen können. Wieso hier mal jagen? Ah, schade. Okay, ich zerstöre die Palette. Einmal. Zweimal. Perfekt. Die machen wieder Gents. Der dort hinten ist jetzt versperrt. Super. Und tap. Ich denke mal, die werden jetzt gleich direkt hierher gehen. Ah, ich konnte gerade meine Maus irgendwie nicht drehen. Ich weiß nicht, was los ist. Mauskabel wollte gerade nicht. Wann mal. Ah, die hat gesehen, was ich mache. Ich hätte die Hoffnung, hier irgendwie den Weg abzuschneiden. Jetzt bin ich schon wieder neben dir. Hallo. Hier unten die Palette steht nicht mehr. Und ich habe dich. Perfekt. So. Ich weiß nicht, ob dieses Notizbuch-Ardon mir jetzt gerade groß hilft, dass ich keinen Herzschlag habe. Aber ich finde es auf jeden Fall lustig, einfach mal mit dabei zu haben. Und einfach auch mal auszuprobieren. Ich meine, ich sprinte und mache halt einfach keinen Herzschlag. Also, ich bin irgendwie schlecht gerannt. Ich bin da gegen nichts gekommen. Ja, der Gen ist es. Einmal. Oh, ich dachte, ich kick sie damit. Und ich habe die Palette geblockt. Super. Ich drehe sofort gegen den Generator, während die anderen dorthin gehettet haben. Dass der schon mal ein bisschen hier wieder zurückgeht. Und hänge sie auch runter in den Keller. Ich weiß gar nicht, ob sie tot ist, wenn sie hängt. Hap. Perfekt. So, und dank Sackgasse und kein Ausweg, können wir es dir halt jetzt wirklich richtig schwer machen, hier zu entkommen. Beziehungsweise, ja, die sind alle tot, wenn ich sie halt erwische, ne? Ich zerstöre mal die Palette hier kurz. Ich meine, die Yun Jin hatte vorhin Flink. Das hatte ich bisher nur auf Yun Jin die Runde gesehen. Aber es muss ja nicht sein, dass sie die Einzige da mit ist. Okay, hier ist jemand. Dank des Irons kann ich mich halt schön Steffi fortbewegen. Ich meine, klar, ich bin immer noch eine Foil und mache laute Geräusche, wenn ich gegen irgendwas pralle. Aber vielleicht kann ich sie so ein bisschen überraschen. Niemand hier. Perfekt. Wie schön. Und direkt wieder ein Schlag drauf. Hallo Nancy. Hat um Nehmen. Schön gezündet. Was? Okay, ich hätte, ich dachte, ich würde die Palette vielleicht zerstört bekommen. Aber dann hat sie halt das Timing sehr gut hinbekommen. So. Sie läuft hier. Sie läuft hier wieder rein. Habe ich dich. Das ist halt einfach dieses Präparat 21, Aron. Ist so toll. Man sieht einfach, wie die Überlebenden laufen. Ich will jetzt nicht sagen, wie die Überlebenden denken. Aber man hat da auf jeden Fall einiges an der Hand. Hep. Sie ist tot. So, keine Ahnung, wo die Falltür spawnen wird. Gab es eine Opfergabe? Nein. Ich schaue mal ganz kurz bei der Schrottlaube nach. Okay. Eins, zwei. Na gut, das brauche ich jetzt nicht machen. Aber. So. Das Schöne ist halt, als Folge ist man so schnell. Ich kann hier einfach durch die Gegend rasen. Ah, schön gemacht. Na gut, da ist sie noch entkommen. Aber hey, wir haben drei Leute geschnappt. Und die letzte durch die Falltür. Und die wäre auch tot, hätte man die erwischt. War eine super Runde. So. Aufgabe geschafft. Archive-Aufgabe auch. Double-Pip. Wunderbar. Gut Game. Well Played. Überlebende haben gut gespielt. War echt eine spaßige Runde. Wie gesagt, ich weiß noch nicht so genau, was ich von dem Addon halten soll. Mir das jetzt die Runde sehr viel geholfen hat. Aber ich denke mal, umsonst war es nicht. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.